Mal ein Team! Mach das Team! Leute, noch ein ganz kurzes Nacht-Video, Infovideo für die kostenlosen Sprays, die ich heute Morgen schon im Video angesprochen habe. Ihr wisst nicht Bescheid, worum es geht. Oben rechts auf das i klicken, dort gibt es ein i, dort könnt ihr draufdrücken. Habe ich ja schon ein paar Infovideos zu kostenlosen Karneval-Items rausgehauen. Und jetzt gibt es natürlich auch die Sprays, sag ich mal, die kursieren jetzt rum und es ist bekannt, wie man die bekommt. Ich erzähle euch alles, was ihr machen müsst, wo es die Sprays gibt, oder beziehungsweise die Codes gibt, was ihr einlösen könnt und, und, und. Ne, aber ihr könnt auch schon mal gerne den Abo warten und die Glocke reinhauen, würde mich mega freuen, dann verpasst ihr auf jeden Fall keine Infos. Ne, das wäre schon mal die eine Sache, aber ihr seht, es ist eines dieser Sprays hier auf der rechten Seite, das ist die Kuschelmaske. Ne, von der Beschreibung Teil des Karneval-2020-Sets. Und was gerade auch umherkursiert, ist nochmal ein Banner für, äh, mit einer wunderschönen Karneval-Trommel. Soweit, so gut, ne. Es fehlt noch tatsächlich bisher noch eine weitere Trommel, und zwar diese Geschichte hier. Diese Trommel auf der rechten Seite, die fehlt noch, äh, da warten wir noch gerade darauf, bis das irgendwie rauskommt, aber das wird wahrscheinlich irgendein brasilianischer Streamer oder so dann posten. Diese Waffenlackierung habe ich gerade auch kostenlos bekommen, Leute, dieses Karneval-Kofettje, das ist gerade sogar im Shop drin, ne, für 4300 V-Bucks oder so, ne. Gibt's auch gerade einen Code, kursiert gerade genauso rum, ne, und hab ich gerade eingelöst. Auf Twitter, wenn ihr dieses Video seht, gibt es vielleicht gerade nochmal einen Code, der noch funktioniert. Wie gesagt, die werden ja auch schnell verbraucht. Dann müsst ihr warten, bis weitere Codes kommen. Fragt mich nicht, wann neue Codes kommen, Leute. Ich produziere den nicht. Ich hab keinen Drucker für diese Codes, ne. Ich kann die auch nur posten, wenn ich dir fahre, dass es die gibt und so weiter. Und dann mach ich das auch. Keine Sorge, in den nächsten Tagen werden bestimmt noch weitere Codes kommen. Noch für die anderen Waffenlackierungen, die wir auch noch gesehen haben, von den ganzen Karnevals-Sets, noch weitere Sprays und so weiter. Im Laufe der Tage werde ich auch in meinen Twitch-Streams natürlich auch, sag ich mal, immer wieder die Infos posten, ob es neue Codes gibt. Aber gerne könnt ihr auch auf Twitter auschecken, ne. Twitter slash HeyStunny. Ne, beziehungsweise hier HeyStunny. Links findet ihr alle unten in der Videobeschreibung, Leute. Für Twitch, soziale Medien, wie jetzt Twitter und so weiter. Dort poste ich dann auch die Codes rein, sobald es bekannt ist. Und man kann hier dann auf dieser Seite hier einlösen, wo man auch bisher alle anderen Sprays einlösen konnte. Auf der Fortnite-Seite, ne, nicht im PSN-Store, nicht im Xbox-Store und auch nicht im Nintendo-Store. Sondern hier auf der Fortnite-Seite. Dort gibt es eine Seite, wo man einlösen kann. Link auch unten in der Videobeschreibung. Diese zwei Sprays sind gerade um herkursieren. In-Game kann ich die euch auch nochmal kurz zeigen. So, so sind wir jetzt in-Game. Das ist die Karneval-Maske, ne. Sieht nett aus. Mir gefällt am besten die Trommel. Die wird wahrscheinlich jetzt auch in den nächsten Tagen um herkursieren. Ja, im Prinzip, das waren die ganzen Geschichten. Jetzt noch Abo-Button, Glock rein, Like rein, auf der rechten Seite findet ihr noch zwei weitere Videos. Ansonsten oben rechts noch auf das Iran. Ansonsten in den nächsten Twitch-Streams, die noch täglich stattfinden, Leute, seid ihr natürlich gerne dabei. Eingeladen, ne. Starten so üblicherweise um 16 Uhr. Ist aber auch ein bisschen tagesabhängig, ne. Am Samstag ein bisschen anders. Und, ja, mehr Flosse. Klopp.